Ich habe diesen Sonntag ein interessantes Thema angefangen, das mich so circa eine Woche lang mittlerweile beschäftigt. Das ist eine Offenbarung, die ich für mich bekommen habe und das habe ich Sonntag in der Kirche geteilt und werde es bestimmt auch in einer gewissen Form auch hier mit euch teilen, natürlich sehr gerne. Aber bevor ich das mache, würde mich wirklich auch deine Meinung diesbezüglich interessieren. Deswegen mache ich das erstmal in Form einer Umfrage oder in Form eines Vorschlages einer Diskussion einfach hier als Thema für dich und du kannst gerne daran teilhaben, indem du vielleicht auch deine Meinung, deinen Kommentar abgibst, was du darüber hältst. Und zwar geht es darum, oder es geht hierbei um das Thema Mentalist aus christlicher Sicht. Ja, also wer ist Mentalist und ist es vereinbar mit einem Christen oder christlicher Lehre, ein Mentalist zu sein? Wer war vielleicht Jesus? Ja, dass man vielleicht mal diese Perspektive anschaut. Und wer können wir als Christen sein? Dürfen wir sein oder nicht? Deswegen einfach mal spontan deine Meinung dazu abgeben. Das würde mich wirklich riesig freuen. Ich verspreche dir, ich werde dazu auch meinen Gedanken teilen. Aber bevor ich das mache, einfach als Anregung, dass du dir mal darüber Gedanken machst. Ja, wie ist es vereinbar? Ich denke mal, wenn wir an unsere Kindheit denken, so könnte man sagen, dass es mehr oder weniger der Traum aller Jungs, aller Mädels gewesen, dass man am liebsten mal die Gedanken, ja, zum Beispiel seiner Flamme erfahren würde. Ich erinnere mich an meine Kinder, wo ich bestimmte Blumen missbraucht habe, indem ich die auseinandergenommen habe und dabei gesagt habe, ja, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ja, das sind so Dinge, wo wir als Menschen wirklich immer wieder mal diesen Bedarf in uns feststellen, mal in ein fremdes Leben hineinzuschauen. Und das ist ja eigentlich mehr oder weniger auch der Beruf eines Mentalisten oder womit die sich rühmen, das beherrschen zu können. Und für mich ist einfach der Gedanke einfach gefallen, ja, wie sieht es denn aus der christlichen Sicht aus? Ja, ist das jetzt absolut teuflisch oder gibt es dafür eine Gegenargumentation? Und wenn du dazu auch eine Meinung hast, bist du herzlich willkommen, sie hier einfach abzugeben. Und ich verspreche dir, dass ich in circa einer Woche auch dazu meine Gedanken natürlich in so einer Form, wie ich das jetzt mache, natürlich gerne mit dir auch teilen werde. Ja, Gottes Segen bis dahin und auch wirklich gerne mal deine Meinung dazu. Würde mich brennend interessieren. Bis später.